Wow. Hey, sie ist hier drüben. Wo willst du denn hin, hä? Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu The Last of Us Part 1 Left Behind. Wir sind wieder am Start. Nicht ganz an der gleichen Position, wie wir im letzten Part aufgehört haben. Das Spiel hat mich direkt hier am Ausgang von diesem Shop, nenne ich es mal, rausgeschmissen. Das heißt, wir müssen hier noch einmal schnell durchschauen, ob wir eventuell noch was zu looten finden. Ja, und im letzten Part haben wir ja dann erfahren, die Beziehung zwischen Ellie und Riley geht definitiv über die einer normalen Freundschaft hinaus. Was eigentlich für Ellie schön ist. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass Riley sterben wird. Von daher ist es schon wieder nicht so schön für Ellie. Naja. Wir schauen jetzt uns erstmal hier noch in dem Laden, ob wir noch irgendwas finden können. Ich weiß gar nicht, wie waffentechnisch, wie sieht es jetzt aus bei uns hier. Okay, Bogenpistole. Molotow hätte ich gern noch einen, können wir gar nicht bauen. Ich wage mal zu behaupten, dass auch dieses DLC langsam am Ende ist. Denn wir sind, ich glaube, Rileys Tod relativ nahe. In der letzten Cutscene von den beiden haben wir ja noch gesehen, dass sie dann, als sie die Musik gehört haben, überrannt wurden von den Viechern da. Wir wissen noch nicht, was weiter passiert. Das werden wir noch rausfinden. Aber wir wissen ja, worauf es hinausläuft. Schade eigentlich. Echt schade für Ellie. Das tut mir echt leid. Aber es war abzusehen. Auf so eine dumme Idee zu kommen, habe ich ja auch im letzten Part schon gesagt. Da einfach die Anlage anzuschließen und die Mucke aufzureißen. Flittere zur Öffnung, ja. Äh, war nicht die klügste Idee halt, ne. Ist ja logisch, dass dann alle Viecher angelockt werden. Oder auch. Nicht nur die Viecher, sondern... Äh, mögliche... Ich sag mal böse Menschen. Flasche hätte ich gern, danke. Eigentlich hatte ich hier schon so ein bisschen durchgeschaut, aber... Das Spiel hat das leider nicht gespeichert. So, falls habe ich jetzt gefragt, warum ich da die Munition gerade nicht aufgehoben habe. Weil es nicht ging. Ich habe keinen Prompt bekommen. Wir gehen da jetzt nochmal kurz hin. Schauen, ob wir die aufheben können. Das wäre ganz nice. Ich möchte ungern eine Pastolenmunition hier liegen lassen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir müssen ja aktuell noch das Verbandsmaterial zu Joel bringen. Ach, ich muss mich ducken, Leute. Da war's doch grad. Hallo, Ellie. Hallo. Danke. Ja, das Verbandsmaterial müssen wir zu Joel bringen. Fäll ich hier durch? Ja. Okay. Dann legen wir los. Ich bin wieder vier Minuten hier ins Land gegangen. Bin nichts. Aber das ist leider der Nachteil eines Let's Plays. Ich versuche euch ja immer so viel wie möglich zu zeigen. Da zählen natürlich auch die Fails dazu. Wenn es zu viele wären, schneide ich es ja immer raus, aber... Macht halt keinen Sinn, immer nur die spannenden Sachen reinzuschneiden. Da kriegt man nicht so viel von der Story und von der Immersion mit. Dieser ganze Gefühlsaufbau, was bei dem Spiel hier echt krass ist, geht dann einfach verloren. Deswegen lasse ich das ganz gerne immer drinnen. Auch wenn es nicht so spannend ist. Aber ich finde, es gehört einfach dazu. So, ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Schon wieder die schlimme Befürchtung. Hier werden gleich Gegner kommen. Was war das? Okay, das sind aber Infizierte. Das sind keine normalen Leute. Okay. 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 Das sind auch anscheinend keine Clicker. Hört sich zumindest nicht da nach ran. Nein. Was war das? Irgend ein Tor, was hochgegangen ist. Hey, was habt ihr draußen gefunden? Wie wissen wir, dass sie hier sind? Sind sie komplett... Pferdeschmühe. Vielleicht sind sie schon tot. Will ich die verdammten Leichen sehen. Stimmt. Na, das wissen wir ja schon mal wieder, was wir machen. Wir werden einfach die Viecher dahin zu locken zu den Leuten. Verdammt, das muss sie sein. Warum bin ich mehr da schlechter? Nein. 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 Ich hab' mich nicht gesehen, Idiot. So gefällt mir das. Ich lass' einfach die Infizierten für mich arbeiten. Oh oh. Oh oh. Gehen wir hier nach Ovo Loot? Da ist noch ein Schrank. Oder ein Spind. Danke. So und dann erlösen wir sie mal langsam. So. 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 Und dann können wir bei uns wieder um den Loot. Auch wenn ich der Meinung bin, wir brauchen nicht mehr so viel. So. Aber ich kann halt einfach nicht anders. Muss gucken, ob's hier Loot gibt. So. Eli, kann's ein bisschen schneller laufen bitte? ellie hat keinen bock jetzt fehlt noch alkohol für den nächsten molle molly auch das tod munition ist voll ok ok weiter scheint hier nichts zu sein hier ist noch ein spinn so in dem raum war wir noch gar nicht ja ok den raum hier noch schnell fertig machen und dann klettern war da gleich hoch man ja spiel ich weiß selbst das spiel sagt schon ey du bist zu langsam mach mal ein bisschen hin ok go hebe das verlassen was hebe zum verlassen das tor an ok oh hier oben gibt es auch noch Loot oder? hier hat es sich aber jemand gemütlich gemacht hier ok dann Loot Das war's für heute. Hier waren wir hier schon mal. Ich glaub hier waren wir schon mal, oder? Ja, wir machen das schon. Such dir weiter. Ich will keine Überraschung. Ja, die Puppe drückt, um Alice Gehör auszurichten. Was? Sie werden ihn kriegen. Ich muss was tun. Schnell. Okay. Ähm. Aua, 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 Aua. Nein. Hä? Ich hab doch F gedrückt. Oh. Okay, neuer Versuch. Ja, wir machen das schon. Such dir weiter. Ich will keine Überraschung. Oh. Sie werden ihn kriegen. Ich muss was tun. Schnell. Scheiß Tier! Alli, du musst was tun. Alli, du musst was tun. Wo sind sie denn? Oh, aua, aua, aua von hinten, aua, aua, what? Okay, Ellie hält nicht viel aus. Das, alter, zwei Schläge und äh, das war's. Okay, wir müssen Silence agieren. Eine andere Option, glaube ich, haben wir nicht. Okay, da kommen zwei Leute hoch. Okay, dann jetzt in die Offensive. Viele dürfen ja nicht mehr übrig sein. Einer noch. Ja, der andere ist bis nach unten gefallen. Okay. Ja, ich weiß, äh, aber ich will trotzdem noch wissen, ob hier noch irgendwas oben ist. Bevor wir jetzt runtergehen, könnte ich auch runterspringen. Was haben wir denn hier? Oh, voll, okay. Neun Pfeiler. Dann ist Ende. Okay. Okay. Das war's, okay. So, dass es auf der Seite geht. Hier gibt's schon noch ein bisschen was zu looten, ne? Aber ich glaub das war's jetzt. Ah, hier ist noch was. Gleich erstmal Molly wieder machen. Hier ist auch noch was. Ich glaub jetzt haben wir alles. Das sieht sehr gut aus. Okay und dann bringen wir jetzt schnell Joe seine Medizin. Oder Verbandszeug besser gesagt. Okay. Bin gespannt. Oh man. Oh man. Oh wie viele. Nee. 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 Oh. Aua. 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 Nein. Man schlägt keine Kinder. Was soll das? Ach man. Oha. 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 Ich fühl mich hier grad nicht so sicher. Boah. Oha. 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 Wo willst du denn hin? Wir müssen hier weg. Wir müssen hier ganz dringend weg. Oah. Oha. Da kam der nächste. Ey komm, das müssen wir jetzt aber noch hinkriegen hier. Wir changen jetzt die Position, weil das ist mir hier zu unsicher. Aua. Wir gehen in die Offensive. Oha, hinter mir, natürlich. Wo seid ihr? Kommt. Oh nein, jetzt kommen wir noch auf den Clicker. Wir sollten vielleicht einen Medkit nehmen, oder? Wow. Mist, Kerl. So, jetzt aber Heilung. Ganz schnell. Wir sind eigentlich auch schon lange drüber, was den Part angeht. So, alles rum, bitte. Ja, nice. Ne, ein Jagdgewehr. Aber wasser, jetzt nichts. Wie viele, ne? So, ich soll da nehmen. Ach, komm schon. Nicht gut. Kurz, die Jagdgewehr raus. Ah, gut, ja. Oh. Ich liebe Kampfrausche, ey. Ha. Alles klar. Gut, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Dann machen wir das mit Joel im nächsten Part. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann sage ich an dieser Stelle recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von The Last of Us. Part 1. Left Behind. Und oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.